Hallo und herzlich willkommen zurück zu der Last Surrey. Das letzte Mal haben wir von General Aster was zu essen bekommen. Ja, und jetzt sind wir wieder hier. Und gucken mal, wo es weitergeht. Genau, wir waren in dieser Sackgasse. Der Guard kam drei Stunden, als du weg warst. Eigentlich ist er wirklich schön, wenn du mit ihm sprachst. Er hat sogar, äh, vergessen, dass du weg bist. Ist das nicht schön? So, das ist, wie du all diese Mädchen dir die Zeit des Tages gegeben hast. Ja, ja, sorry. Die gehen immer alle auf. Ja, laufen zurück an den Platz. Ja, da hat er doch so ziemlich recht, ne? Ich brauche, äh, Böse. Ich brauche, äh, Fleisch. Hahaha, nicht auf den Zug. Ja, ja, du sagst immer noch dasselbe. Schön und okay. Ja, du isst ja auch so viel wie Coco. Ich will Waffen kaufen. So, dann nimm mal einen mit. Run, ja. Da, eins. So, ja, den verkaufen gleich, den anderen. So, ja, ich will Waffen kaufen. Dann würde ich verkaufen. Und zwar, das war zweit unten. Oh Gott, geht das nicht schneller. Bitte geht schneller. Äh, ja, gut, sind wir eh oben. Den Tarnbein-Schutz plus zwei brauchen wir nicht. Genauso wenig. Oh Gott, wie werbe ich davon? Den braucht man nicht. Die Seiden-Rüstung braucht man nicht. Seiden-Bein-Schutz eins braucht man auch nicht. Nein, ah, den Weizen nicht mehr hat. Das brauchen wir auch nicht. Das ebenfalls nicht. Nein, brauche ich nicht. Die Helden-Rüstung plus zwei. Helden-Bein-Schutz, geh mal weg. So, das bleibt, das bleibt, das bleibt alles, wenn Magier durchgeht. So, jetzt muss ich kurz ausrüsten. Hey, Lowell! Also Lowell, du hast... Ich kann doch die eine Helden-Rüstung anziehen, genau. Ach so, ja, er sieht jetzt natürlich gleich aus wie ich. Ah, ja, weil ich den Tarn-Schutz noch nicht hab. So. Aber, aber, aber... Ja, 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 sorry. Kann ich hier rufen? Ja, kann ich... Zael, Zeit für mehr Fragen, komm! Komm, komm! Ah! Zael's Inquisition continued, as further Testimonies were presented. Zael stood resolute, uttering not a single word, as he waited for the final judgment. Surely dragging this out any further is a waste of time. He won't defend himself. That is as good as a confession. I believe capital punishment is in order. I trust you agree in my law. You really have nothing to say? Punish me if you have to. Just leave my friends out of it. Let them go. My, how admirable of you. Very well, I have no objection to this. You're the only one I'm after. I couldn't care less about your filthy, mercimally friends. I do apologize. I know I wasn't summoned, but I thought I just poke my nose in. Oh, and I hope you don't mind, but I brought someone along who'd like to have her say. I have one thing I want to say to you all. The decision to go to the Garak base with this man and his friends was mine alone. They were worried about my safety. They told me I should return to the castle, but I wouldn't listen. I made them take me to the base. I, I do not understand. Why would you knowingly put yourself in such danger? Oh well, I'm not safe. No, Callista. Don't tell them. Callista. 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 Ich zeige mir deine Hand. Ah, das könnte nur die Mark des Outsiders sein. Die, was? Geben Sie mir zu erklären. Sie sehen, es gibt eine Geschichte in der Argonnen. Wenn Lazarus Island in der Krise ist, ein Mann mit dem Mark des Outsiders wird sein als der Argonnen. Der Argonnen steht vor dir heute. Nein, das ist nicht wahr. Der Argonnen ist nicht wahr. Ich glaube, dass ich richtig bin. Ich muss Ihnen nicht sagen, ob die große Werte, die dieser Mann könnte für uns halten. In diesen dunklen Zeiten, er ist ein Beacon der Hoffnung. Warum würde dieser Mann immer denken, um die Frau Kalista zu verabschieden? Herr Jorral, sind Sie sicher, dass Sie nicht irgendwie falsch sind? Herr Jorral. Herr Jorral könnte sich verabschieden, um zu machen, um zu verabschieden. Wie ist seine große Gefühle zu meiner Frau. Ist das richtig, Herr Jorral? Wenn Sie so sagen, mein Herr, Sie sind richtig. Dann ist das ein Grund für die Erreignung. Ich habe nicht nur einen wunderschönen Vater im Jorral, aber auch ein wunderschönen Wunderschönen, um zu retten meinen Menschen zu retten. Lassilus ist sicherlich safe. Ich habe nicht nur einen Wunderschönen, um zu verabschieden, um zu verabschieden, um zu verabschieden, um zu verabschieden. Ich bin froh, dass wir es geschafft haben, um zu verabschieden, um zu verabschieden, um zu verabschieden, um zu verabschieden. Ich bin froh. Also Es war nicht lange bevor seine Freunde in der Dungeon wurden auch geöffnet. Nachdem sie ihre Weary-Bodden ausgewertet und in der Sonne ausgewerteten, sie waren alle in der Great Hall. Wohooo, gut geht's Zell, wir wurden verabschiedet. Mein Körper ist aching von dieser verdammten Selle. Ich werde eine Woche schlafen. Aber ich frage mich, warum sie uns verlassen haben. Sie haben eine stöhnliche Veränderung von Herz? Ich weiß nicht, ich kann es gar nicht glauben. Wer geht's? Wir sollten uns feiern. Ich werde trinken, bis meine Arme fallen. Ja, aber erst muss ich den General Astar finden und ihn bedanken. Wir sind wieder da. Wuhu. Gut. So, wir sind frei. Können uns jetzt wieder frei bewegen im Schloss. Und jetzt. Jetzt. Endlich. Sidequests. Ja, das letzte Mal. Dein Ernst, jetzt. Okay, wir gehen erst mal Astar suchen. Na gut. Ah ja, gut, ich habe ihn schon gefunden. Ah, doch nicht. Ich glaube, darauf falle ich jedes Mal wieder rein. Aber gleich Sidequests. Und zwar gibt es in diesem Spiel, habe ich glaube ich schon mal erwähnt, ähm, größere Sidequests. Und die, äh, sind in... größere Sidequests in dem Sinne, äh, sind optionale Kapitel. Wir sind gerade in Kapitel 9. Und zwar nicht. Ja, das war nicht. Ja, das war nicht. Ich kann nicht genug bedanken, General. Ich bin? Nein. Herr Dagren ist der Herr, der mit dem Count's Ere. Ich war nur da für den Schuss, in der Ende. Aber du hast die Lady Callister. Das ist das alles, was machte all die Unterschiede. Jor-Al wouldn't have backed down, otherwise. Well, then you should thank the Lady herself, along with the others who helped win your freedom. All I did was lend Lady Callister a hand. How could I not, when I saw her deep concern for your safety? Zael, the truth is absolute, unchanging. But sometimes petty emotions drive people to distort the truth. And yet emotions can also drive people to seek it out. Those are the people you ought to treasure. Yes. However, if what the Count said is true, I fear our troubles have only just begun. That mark of yours represents an even greater power than I imagined. You must be careful not to lose yourself. Power is best used by someone with the strength of heart to wield it. Come on. I don´t see you. I will lie back in the head. I will bow down. Eine große Kraft... Mit großer Kraft kommt große Verantwortung. Mit großer Kraft kommt große Verantwortung. He has so einen gewisser... ...Marvelheld gesagt. Eil, der Count schlägt dich in seine Kampagne. Nicht verlassen. Der Count? Wahrscheinlich. Seine Kampagne ist auf dem zweiten Fluss. Dein Freund Dagrun ist bereits auf dem Weg. Das sind unsere ersten zwei. Herr Zell, der Counts-Kampagne ist auf dem Weg. Es werden einige Nachts die Tür schlägt. Bitte schau sie. Herr Zell, der Count ist auf dem Weg. Du bist wirklich ernst. Ich will doch nur sein, Weston. Bitte. Herr Zell, der Count... Ja, sorry, ich habe jetzt übersprungen, weil ich das sage, eh, immer dasselbe. Herr Zell? Ah, nur der Mann, den ich nachhielt habe. Jetzt über deine rechte Hand. Dagrun hat mich berichtet, aber ich würde gerne die Details von dir hören. Herr Zell, wie hast du diesen Mark bekommen? Lass mich erklären. Ich verstehe. Das ist eine lustige Zeit, wirklich. Warum würde es dir die Macht geben? Ich bin sicher, dass wir später herausfinden. Und von der Seite, Lady Callista war schrecklich über dich. Herr Zell, ich versuche dir, dass Lady Callista nichts zu tun hat. Ha, 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 ha. Wenn ich mich auf jeden Fall, wenn diese Frau weggebracht hat, warum würde ich niemals einen Moment haben? Ich verstehe. Jetzt, wenn ich mich über die Frage, vielleicht ist es gut, dass du und Callista so nahe bist. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich könnte sogar sogar ihre Aufmerksamkeit wiederholen. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Lassalus war wie die Wälder des Empires. Die Görak- und andere foreignen Wälder für hunderte Jahre. Jeral und Callista würden uns sicherlich großartig in der Empires. Aber es ist nur ein Hinweis für einen Ende. Ich verstehe. Mein Ziel ist immer immer, zu annihilieren die Görak. Und zu bringen Frieden in der Empires. Aber... ist das überhaupt möglich? Es wird natürlich nicht leicht sein, aber diese Macht von deinem vielleicht ist der entscheidende Faktor. Mit deinem Hilfe, es könnte einfach nur möglich sein. Ich verstehe. Ich weiß nicht, was du denkst. Es ist unser Besuch. Ich glaube, dass wir noch einen bekommen haben. Ich weiß, was wir haben. Aber ich... Das ist nicht ich, der Herr Wälder will. Er will... Die Macht des Outsiders. Ist das wirklich eine gute Sache? Das ist kein Problem. Wenn du denkst, dass du das nicht wirst, dann besser du dich versuchst. Nur gib mir ein bisschen Zeit, Dagram. Ich muss alles herausfinden. Okay, dann. Geh dir deine Hände. Wenn du mir absoluten Loyalität schweigst, dann werde ich dich und deine Freunde gewinnt. Und wenn du so möchtest, sogar Marion Callista könnte nicht aus der Frage sein. Was war das, Callista? Nein. Sag mir, sie hörte nicht. Ich muss mit ihr. Das sind ja ganz neue... Umstände, was es jetzt hier gibt. Callistas Room ist da. Durch hier sind die Gasträume und die Ballräume. Lady Callista ging zu ihr Raum, zu schauen... Oh! Zur Verbindungsbrücke. Über die sind wir ja schon mal gegangen. Als die Yurak eingegriffen haben. Damals ist der Turm runtergekommen. Und jetzt ist die Brücke wieder repariert. Ich glaube, sie wurde zerstört, wenn ich mich richtig erinnere. Und ab zu Lady Callistas Room. Mach einfach mal auf. Callista ist nicht in ihrem Raum. Wo ist sie hin? Hm, wo ist sie? Geraus Room. Gucken wir, wo haben wir sie das letzte Mal getroffen? Genau da gehen wir jetzt hin. Geraus Room. Gucken wir, wo haben wir sie das letzte Mal getroffen? Kuck dich. Kuck dich. Kuck dich. Kuck dich ab dich. Ah, mach schneller als du. Hä? Calista? Ja, genau, lauf er doch weg. Ich könnte sie deportieren. Bitte, du musst ihn verraten. Was? Warum? Wir können... Ich meine, ich habe nichts zu entscheiden. Aber pense mal. Es wird alles übergehen. Du musst nicht mit Jorale heiraten. Du wirst nicht verstehen. Es gab Leute, die alles, was sie können. Leute, die in der Situation gesehen haben, und versucht mir zu helfen. Aber mein Freund oder Jorale immer herausfinden würde. Und etwas schreckliches passieren würde. So viele Leute schmerzen. Weil ich mich. Hör auf mich, Jorale. Ich könnte nicht wissen, was der Welt auszüglichen. Aber ich weiß dieser Welt viel besser als du. Es ist kein Welt der Welt der Nights und Prinzessinnen wie in den Storien. Die Menschen schützt und schützt für ihren eigenen Spiel. Ich will nicht, ohne ein Blut zu schrauben. Es gibt keine Freiheit hier. Nur schrecklich und Gefe. Ich will nicht, dass du in einer Welt so leben möchtest. Also, was dann? Du wirst nur heiraten, Jorale. Du bist okay mit dem? Natürlich nicht. Ich kann nur nicht, dass du dich in diese Weise getrennt. Für mich ist dein Gefe. Ich gebe dich schon ein Zeug. Wir leben uns nicht, das wir leben. Wird nicht. Es ist kein Träum. Ich werde alle zwei, vier, drei, vier, fünfzehn. Wird nicht. Alles im Alter ihm weigh nicht. Der Schmerz der Outsider ist. At last, the Outsiders' Chosen One has appeared. Now this island will become the most powerful fortress in the world. The Empire? No, the whole world will be mine. No, no, no. Das wollen wir aber nicht hier. Das ist nicht nett. So die ganze weltige Weltkonti, die Weltkonti jedem. Das ist nicht lieb und so. Ja, und es stimmt schon. In so einer Hierarchiewelt, sag ich jetzt mal, mordet man heimtückisch, vergiftet. Hauptsache, dass es einen eigenen Nutzen hat. Und dass die Ehre nicht befleckt wird oder sonst etwas. Das ist schon recht dreckig, was hier vorgeht. Aber, 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 aber. Das war's. Seid ihr es erreicht? Jo. Also nochmal, das war's für heute. Mit the last story. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal.